Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Weiß von CapTrader. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar wieder gemeinsam mit NinjaTrader und speziell mit Dr. Daniel Sinnig, der uns ja hier in regelmäßigen Abständen verschiedene Strategien von Profitradern vorstellt. Und ja, heutiges Thema ist CapTrading. Da werden wir uns einen speziellen Ansatz anschauen, aber das werden Sie dann jetzt gleich alles erfahren. Ich möchte gar nicht mehr viel erzählen für diejenigen, die uns demnächst persönlich mal treffen wollen. World of Trading steht ja vor der Tür im November. Kommen Sie ruhig vorbei nach Frankfurt und besuchen Sie uns ab Stand. Dort sind wir vor Ort. Sie finden, wie Sie es ja schon kennen, alle Termine unter Training und dann Termine bei uns auf der Homepage. Gut, dann wollen wir direkt rüberschalten und ja, grüß dich. Hallo Daniel, kannst du uns hören? Können wir dich hören? Hallo, hallo all zusammen. Auch von mir schöne Grüße aus Montreal. Naja, wir hatten ja gestern kanadisches Thanksgiving und da gab es dann ordentlich Truthahn. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt auch noch nichts gegessen heute. Das hatte gestern gereicht. Aber uns ist es ja noch nicht so spät. Ja, das stimmt. Okay, ja. Ich wechsle mal auf deinen Monitor und dann kannst du beginnen. Ich sehe übrigens noch nicht die Option. Ah ja, jetzt geht's. Alles klar. Gut, dann werde ich kurz meinen Bildschirm teilen. Eine Sekunde bitte. Ja, jetzt sehe ich schon was. Ja, welchen sehen? Seht ihr? Okay. Ich sehe jetzt einen. Smack it. Ja, genau jetzt. Jetzt geht's. Ja, diesmal mit Google Slides. Mir ist heute leider mein Office abgeschmiert und das habe ich auch noch nicht geschafft zu reparieren. Das hält uns aber nicht davon ab. Ja, das Ganze mit Google Slides zu machen, ist für doch ein bisschen moderner. Ups. So, present und schon kann es losgehen. Gut, ja. Ja, heutiges Thema ist die Fill the Gap Strategie von David Bean. Ja, das ist so eine typische Day Trading Strategie, die darauf aufbaut, dass ja am Open, also in der ersten Minute des Marktes, der Preis relativ weit entfernt vom Close war am letzten Tag. Ja, je nachdem wie weit der Preis entfernt war und ob er jetzt drüber war oder drunter war, ja, kann man da verschieden handeln und das werde ich Ihnen heute vorstellen. Bevor wir loslegen, ganz kurz über mich, ja, Daniel Sinnig, bin Software Engineer, ja, in Kanada studiert und promoviert und mittlerweile auch meinen Lebensmittelpunkt nach Montreal verlagert. Seit ein paar Jahren, ja, beschäftige ich mich ausschließlich mit der Entwicklung von Handelssystemen und speziell mit automatischen Handelssystemen, wie zum Beispiel auch diese Gap Trading Strategie, die wir uns heute vornehmen werden. Bei Interesse, ja, besuchen Sie gerne meine Seiten blackcherryinvest.com oder auch tradingindicators.com oder tradingdashboards.com. Dort haben wir, ja, alle möglichen Tools im Angebot und natürlich auch ein Kontaktformular, mit dem Sie, ja, mit mir in Kontakt treten können. Wie immer, bevor wir loslegen, die Risikooffenlegung, ja, wie Sie wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, CFDs mit, ja, mit Risiko verbunden und auch nicht für jeden Investor geeignet. Sie sollten nur das Kapital investieren, das Sie auch willens sind zu verlieren. Ja, wenn es um das Backtesting geht, müssen Sie wissen, dass die hypothetische Backtest-Performance nicht der eigentlichen Performance entsprechen muss. Das hat mit allen möglichen Faktoren zu tun, zum Beispiel die Qualität des Backtesters oder auch der Backtest-Daten an sich. Die Filz werden anders sein und, ja, man kann den Markt halt nicht so genau simulieren, wie er auch wirklich war. Ja, okay, soviel zum formalen Teil. Fangen wir sofort an mit unserer Strategie von heute. Ja, diese habe ich Phil-the-Gap-Strategie genannt und diese baut auf der Theorie von David Bean auf. Ja, ist ein bekannter Trader, ja, in den Staaten und er hat sich darauf spezialisiert, ja, Trading-Systeme oder Handelssysteme für die S&P Futures zu entwickeln. Ja, und in seinem Buch Seven Trading Systems for the S&P Futures hat er, ja, sieben verschiedene Ansätze für Gap-Strategien dargelegt. Wir werden uns in diesem Webinar einem dieser Ansätze widmen. Und wie Sie sehen, wir haben am Ende ein Ansatz, der durchaus vielversprechend ist. Ja, bevor wir ins Detail gehen bei Fragen, ja, gerne mich anschreiben im Chat. Ja, Christoph wird mich dann, ja, auf diese Fragen hinweisen, dann gehe ich dann natürlich auch gerne auf Ihre Kommentare und Fragen während dieser Präsentation ein. Also nicht schüchtern sein, bitte. Gut, so, sofort zum Ansatz. Hier ein kleiner Überblick, wie diese Strategie funktioniert. Ja, als erstes müssen Sie wissen, dass diese Strategie auf dem 1-Minute-Chart angewendet wird. Ja, 1-Minute. Und es ist wichtig, dass dieses, dass diese Chart die Regular Trading Hours nimmt. Ja, das hat auch einen ganz speziellen Grund, weil nur auf diesen Regular Trading Hours kann man diese Gaps, diese Lücken überhaupt sehen. Ja, ja, sollte jetzt eine Lücke auftreten, das kann eine Lücke nach oben sein, eine sogenannte Up Gap oder eine Lücke nach unten, eine Down Gap, ja, dann kann ein Trade ausgelöst werden, um diese Lücke zu schließen. Ja, ja, und die Theorie von David Bean wird dieser Trade nur ausgelöst, wenn, ja, der SMA 100 Daily Filter, ja, der mit dem Trade übereinstimmt. Ja, und wenn es dann der Fall sein sollte, nehmen wir ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1 zu 3 und lassen den Trade laufen. Jeder Trade wird am Ende der Session, der Trading Session, auf jeden Fall geschlossen. Also jeder Trade bleibt nicht über Nacht offen. Gut, soweit zur Theorie. Schauen wir uns das Ganze einmal auf dem Ninja Trader an. So, dazu wechsle ich jetzt einmal ganz kurz rüber zu meinem Kontrollzentrum und mache eine neue Chart auf. Gut, und ich werde hier die, ja, die E-Minis, die SMP-E-Minis reinladen. Futures, ES, ja, gut. Jetzt in den Optionen ist es wichtig, dass Sie die eine Minute auswählen als den Typ der Chart. Ja, und wir gehen hier mal 500 Tage zurück, also knapp ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und sehr wichtig, sonst funktioniert es nämlich nicht, Sie müssen hier die Regular Trading Hours auswählen. Ja, das heißt, dass der Über-Nacht-Handel da nicht abgebildet ist. So, jetzt scrolle ich hier runter zu den CME, Index Futures und RTH, Regular Trading Hours, müssen ausgewählt sein. Okay, so, die Chart öffnet sich jetzt. Ich ziehe sie einmal ganz kurz hier rüber. Und ich hoffe, sie geht auch gleich auf. Ja, super. So, hier haben wir jetzt unsere Chart und ich werde die mal ein bisschen zusammenziehen. Und jeder dieser vertikalen Balken zeigt eine neue Trading Session an. Jetzt können wir mal gucken, ob es auch wirklich hier diese Gaps gibt. Ja, ich gucke mal einmal ganz kurz in das Datenfenster, um zu sehen, ob die Chart dann auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt zumacht. Ja, und wie Sie hier sehen, ist das nicht der Fall. Da habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht, der Chart-Erstellung. Ja, noch mal ganz kurz zurück mit Ctrl-F zu meiner Datenreihe. Ah ja, jetzt hatte sich die Handelszeit nicht gemerkt. Das passiert ab und zu mal. Also jetzt noch einmal zurück zu diesen CME, Index Futures, RTH. Okay, jetzt und dann okay. Und wie Sie jetzt sehen werden, ja, endet jetzt wirklich jede Bar um 16.15 Uhr New York-Zeit. Das wäre 22.15 Uhr deutscher Zeit und öffnet um 9.30 Uhr morgens, also 15.30 Uhr deutscher Zeit. Ja, und der Übernachthandel, ja, ist auf dieser Chart nicht abgebildet. Und da, ja, und so kann es dann vorkommen, dass wir diese Gaps haben, ja. Das wäre über den, also diese Gap würde über Nacht, würde der Preis praktisch hochgehen, aber da wir den Übernachthandel hier nicht abgebildet haben, ja, haben wir auf dieser Regular Trading Hour Chart diese Gaps abgebildet. Und genau darauf basierend, ja, wird die Strategie von David Bean aufsetzen. Okay, gut. So, jetzt hätten wir unsere Chart. Gucken wir uns jetzt erstmal die Strategie an sich an. Ja, wie ist das Grundprinzip? Die Idee ist, wenn wir ein Up-Gap haben, ich suche jetzt mal vielleicht etwas raus, ja, wie zum Beispiel hier, ist es wahrscheinlich, ja, dass der Preis danach wieder etwas runter geht, um diese Gap zu schließen. Ja, ist in diesem Fall nicht der Fall, aber, wie Sie sehen, werden öfter als weniger, ja, wenn wir eine Up-Gap haben, geht der Preis erstmal wieder runter. Und genau darauf basiert die Strategie von David Bean, ja. Nach einer Up-Gap wird der Preis runtergehen oder nach einer Down-Gap, wie zum Beispiel hier, ja, geht der Preis wieder hoch. Zumindest ein paar Pips. Ja, es sieht vielleicht hier auf den ersten Moment nicht so vielversprechend aus, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Das ist jetzt erstmal unsere erste Bedingung für diese Strategie. Die zweite Bedingung ist, ja, dass wir, dass diese Gap nicht zu groß sein darf, ja. Wenn die nämlich zu groß ist, ja, kommt der Preis oft nicht wieder zurück. Und David Bean hat herausgefunden, dass, wenn der Preis, der Gap unter dem Vortags-Low ist, bei einer Down-Gap oder über dem Vortags-Hoch, bei einer Up-Gap, dann, ja, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Preis wieder zurückgeht, ja, um diese Gap zu schließen. Und in seiner Strategie nimmt er nur die Gaps, die jetzt wirklich noch über diesem Vortags-Low sind oder unter diesem Vortags-Low sind. Previous Session High-Low, der hat auch keine Parameter, der kann einfach nur so angewendet werden. Und was der macht, der zeigt praktisch für den jetzigen Tag an, wo war denn das Hoch meiner vorherigen Session und wo war das Tief meiner vorherigen Session. Ja, und für die Gap-Strategie bedeutet das, wenn praktisch unsere Down-Gap unter dem Low, dieser Linie hier, ist, dann nehmen wir den Tret nicht. Ja, oder wenn wir eine Up-Gap haben, wenn diese Gap über diesem Hoch wäre, als praktisch über dieser gelben Linie, würden wir diesen Tret nicht nehmen. Ja, in diesem Fall hier aber ist dieser Up-Gap unter dieser gelben Linie, also unter dem Vortags-Hoch und wir werden dann hier praktisch short gehen nach der ersten Kerze auf dem 1-Minute-Chart. So, ja, das ist unsere zweite Bedingung, dass die Gap nicht zu groß sein darf. Die dritte Bedingung, die wir für diese Strategie haben, ist, dass die Gap jetzt aber auch nicht zu klein sein darf, ja. Wenn die Gap praktisch ganz, ganz klein ist, wenn der Preis praktisch nur ein, zwei Ticks hoch oder runter geht, ja, dann ist die nicht signifikant. Dann lohnt sich der Tret nicht, ja, und wir legen unsere Strategie fest, dass die, unsere Gap eine Mindestgröße von 10 Ticks haben muss, also ungefähr vier Punkten, nee, zweieinhalb Punkten, entschuldigen Sie, zweieinhalb Punkten von, auf dem E-Minute-Chart. Ja, gut, ja, also die Gap darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Und unsere letzte Bedingung, die wir uns auferlegen, ist, dass der Tret nur dann gemacht wird, wenn er auch in die Richtung des übergeordneten Trends geht. Ja, wie kriegen wir diesen übergeordneten Trend raus? Ja, ganz einfach, wir nehmen einen Moving Average von einem, ja, höheren Timeframe, in diesem Fall von einem Daily Timeframe. Wir nehmen den SME 100, also den Moving Average mit einer Periode von 100 auf dem Daily Timeframe angewendet. Um das Ganze einmal zu visualisieren, werde ich jetzt noch einen zweiten Indikator auf die Chart legen. Wo ist er? Ja, hier, den habe ich Daily SME genannt. Ja, als Parameter kann man hier die Periode eingeben, 100 standardmäßig. Und sobald er angewendet ist, sehen Sie jetzt, wenn ich dieses Schalter ein bisschen zusammenziehe, wo denn jetzt eigentlich unser 100 SMA ist. Ja, das ist eine gerade Linie, weil hier wird ja nur einmal pro Tag praktisch, ja, neu berechnet. Ja, wie Sie sehen, ändert sich nach jeder Session, ändert sich diese ME etwas. Ja, und zur Strategie, wenn praktisch unser Preis, wie zum Beispiel hier unter diesem SME ist und wir eine Down Gap haben, ja, gehen wir long. Und umgekehrt, ja, wenn wir, wenn unser Preis unter diesem SME ist, wie zum Beispiel hier, und wir haben eine Up Gap und diese Up Gap ist nicht zu groß und nicht zu klein, dann gehen wir short. Ja. Ja. Super. So, ja, beide Indikatoren, die ich Ihnen hier gezeigt habe, also dieses Previous Session High Low und dieser Daily SMA, ja, den können Sie kostenlos von unserer Seite bekommen. Ja, Sie müssen dazu eigentlich nur eine, Sie müssen dazu nur eine Kontaktanfrage an mich schicken und ich schicke Ihnen dann diese beiden Indikatoren, sowie auch die Strategie, die wir jetzt hier gleich entwickeln werden, kostenlos zu. Okay, gibt es Fragen soweit zum Ansatz? Daniel, grüß dich, Christoph ist da, jetzt, ich habe ein paar Fragen, weil wenn wir jetzt schon davon reden, meine Fragen habe ich jetzt keine gesehen im Chat, also daher dachte ich, ich frage dich mal ein bisschen. Was mir dran gefällt an diesem Ansatz ist der, dass man eigentlich vom Tagbeginn eigentlich schon weiß, wo denn irgendwie Aktionen stattfinden sollen. Hast du irgendwie eine Übersicht, wie viele Trades denn im Jahr denn passieren? Kannst du mal uns zeigen, wie viele Trades denn, wie oft denn dieses, ja, sagen wir, das im Jahr eigentlich vorkommt, die ganze Geschichte? Wie viele Trades wollen wir denn im Jahr haben, würde mich mal interessieren. Sie haben ja im Vorfeld ein paar Backtests laufen lassen, ich habe jetzt, die geben sie jetzt mal geschlossen, weil das machen wir nachher ganz zum Schluss noch einmal zusammen. Aber Pima Daumen ungefähr 100 Trades pro Jahr. Okay, also wir haben doch einiges an Trades, okay, wunderbar. Ja, und was sehr schön ist an dieser Strategie, ja man, der Einstieg findet an der allerersten Kerze des Tages statt. Man muss praktisch nicht ewig warten, ob jetzt ein Einstieg erfolgt oder nicht. Man weiß es schon um, ja, 9.30 Uhr New York Zeit oder 15.30 Uhr deutsche Zeit, haben wir jetzt einen Einstieg oder haben wir keinen Einstieg? Also daher ist die Strategie, also das ist, wo ich auch hinaus, darauf hinaus wollte, also im Grunde ist das eine Strategie, wo man jetzt hier nicht den ganzen Tag vom Rechner hocken muss. Man weiß von Haus aus, also relativ schnell, passiert heute was, passiert nichts. Und das Zweite ist das, wir haben mit Mini S&P als ein Instrument, das seit der Einführung vom Mikrokontrakt natürlich jetzt auch nochmal zum Zehntel der Größe verfügbar ist. Also sprich, wenn wir jetzt potenzieller Einsteiger sind, können Sie das Ganze noch kleiner skalieren. Genau, ich warte mal ganz kurz auf. Ja, das Symbol für den Mikro ist das MES. Ja, hier Micro E-Mini S&P Futures und den kann man hier auch ganz einfach reinladen. Das ist der Punkt, also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen rantasten möchte an den Handel mit Futures womöglich, dann ist das gar nicht so ungeschickt. Also sprich, man hat eigentlich, das ist wahrscheinlich eine schöne Einsteigerstrategie. Man weiß, wann der Handel, man hat einen genauen Zeitpunkt zum Handel, man hat fest definiertes Ziel, fest definiertes Target und man kann auch kleiner skalieren. Wenn einem der Mini E-Mini Future, Mini S&P Future zu groß ist, dann kann man eben auch den Mini S&P nehmen. Leute fragt danach bei CapTrader, die unterstützen natürlich jetzt nicht nur den normalen Mini S&P Future, sondern die haben mit Sicherheit auch den MES, also den Mikro E-Mini auch im Angebot. Also das nur nebenbei. Ja, danke Christoph. Genau. Ja, die Strategie an sich eignet sich für Future-Systeme im Generellen und wir zeigen Ihnen nachher auch noch einmal, wie diese Strategie auf den Nasdaq Futures und auf den Mid-Cap Futures performt. Gut, aber zurück ganz kurz zu meinen Slides. Ich habe Ihnen jetzt schon mal einen Überblick gegeben, wie diese Strategie funktioniert. Nochmal ganz schnell zur Wiederholung. Ja, die Gap darf nicht zu groß sein. Sie muss unter dem, bei einer Up-Gap muss sie unter der Vortags, unter dem Hoch der Vortags-Session sein. Ja, und bei einer Down-Gap muss sie über dem Low der Vortags-Session sein. Ja, sie darf auch nicht zu klein sein. Ja, 10 Ticks minimal. Dazu werden wir auch einen Parameter in der Strategie festlegen, damit der Nutzer dann auch mit diesen Parameter experimentieren kann. Für manche Symbole sind 10 Ticks vielleicht optimal, für andere Symbole, wie zum Beispiel für die Nasdaq Futures, wäre ein größerer Wert besser. Aber das kriegen wir nachher mit dem Strategietester heraus. Ja, dazu gibt es noch einen Trendfilter. Ja, hier haben wir den SME 100 genommen, auf der Daily Chart angewendet. Ja, wir gehen nur Long. Jetzt sehe ich, ich habe hier einen Schreibfehler drin. Wir gehen nur Long, wenn ja unser Preis über dem SME ist oder wir gehen nur Short, wenn unser Preis unter diesem SME ist. Ja, so gut. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Regeln. Ja, unsere vier Einstiegsregeln für Long sind, wir sind auf der ersten Session-Kerze für die 1 Minute Chart. Preis ist größer als der 100 SME. Wir haben eine Down-Gap, die größer ist als unsere Minimal-Lücke und kleiner als die Maximallücke. Ja. Ja. Ja, bei Short ist es andersherum. Wir sind wieder bei der ersten Session-Kerze. Diesmal ist der Preis unter dem 100 SME und unsere Up-Gap in diesem Fall darf nicht zu groß und nicht zu klein sein. Als Ausstieg haben wir, ja, ich hoffe, das, ja, 40 Ticks festgelegt und Take Profit 12 Ticks, da habe ich mich auch mal verschrieben, 12 Ticks. Das ist ungefähr ein, ja, ein Verhältnis von 1 zu 3, ja. Hier habe ich mich verschrieben. Von 16, glaube ich, Daniel. Oh, 16 waren es, genau, ja. Und auf jeden Fall wird unsere Strategie beim Session-Close geschlossen, ja. Ja, Parameter werden wir für die Tretgröße festlegen, für die unsere Min-Up-Gap und Min-Down-Gap, für das Profitziel und das Stop-Loss, sowie für die Periode unseres Daily SMEs. Ja, gut. Machen wir uns an die Arbeit. Ja, wie können wir jetzt diese Strategie mithilfe des Ninja-Trader-Strategy-Builders bauen? So, dazu zurück zum Kontrollzentrum. Ja, so, Kontrollzentrum. Über Neu können Sie den Strategy-Builder öffnen. Das dauert jetzt immer ein paar Sekunden, bis sich das Fenster öffnet. Aber sobald es dann offen ist, legen wir sofort los. Na komm. Ja, es ist jetzt offen. So. Noch eine Frage zwischendurch. Ist das generell nur für Futures gedacht, die Strategie, oder könnte man die auch für Aktien anwenden, schreibt hier gerade ein Teilnehmer? Ich denke, man kann diese Strategie auf alle Symbole anwenden, die auch wirklich diese Gaps haben. Und da Aktien genauso wie Futures über Nacht aussetzen können, oder zumindest die Chart so konfigurieren kann, dass der Nachthandel nicht berücksichtigt wird, lässt sich diese Strategie auch auf Aktien anwenden. Wie erfolgreich sie ist, das würden Sie dann mit der Handelssystemanalyse im Ninja-Trader herauskriegen. Wir haben jetzt im Vorfeld keine Simulation für Aktien laufen lassen. Und der Gedanke von David Bean war, ja, diese Strategie ist prädestiniert für die S&P 500 Futures, also für den E-Mini. Du brauchst halt im Grunde ein liquides Instrument. Also ich sage mal so, ich denke schon, dass das womöglich für Aktien, die Range handeln, oder die wahrscheinlich, man kann es ja testen danach, also wir können es ja schnell testen, das ist ja kein Stress. Aber der S&P ist ja prädestiniert. Warum? Weil er 500 Werte drin hat, weil er natürlich ein dicker Markt ist. Und weil er halt dick und liquide ist. Und ja, wie gesagt, können wir aber testen, Daniel. Oder du hast dir die Daten da, schauen wir uns an die Aktie an. Ja, okay. So, ja, wir kreieren jetzt eine neue Strategie. Ja, und diese werden wir, ja, Cap Trader Gap, nein, Cap, Cap Gap. Okay, gut. Ja, Berechnung anhand des Schlusskurses ist okay. Das können wir so lassen. Wichtig ist, dass Sie hier Exit zum Handelsschluss anklicken. Ja, den Rest lassen Sie so, wie es vorkonfiguriert ist. Zusatzdaten brauchen wir in diesem Fall nicht, da wir, ja, für den Daily SMA unseren Indikator wiederverwenden werden. Ja, und das wäre praktisch der einzige, ja, andere Timeframe, der Daily Timeframe, den wir brauchen. Aber der wird ja schon in diesem Daily SMA Indikator konfiguriert. Also hier können wir jetzt einfach auf Nächstes klicken. Jetzt geht es zu den Nutzer- oder Benutzer-Parametern. Hier wollten wir Parameter festlegen für die Trade Size. Ja, startmäßig auf 1. Dann wollten wir ein Parameter haben für unsere Min-Down-Gap. Und die legen wir als negativen Wert fest. In diesem Fall startmäßig als minus 10. Wichtig ist, dass hier dieser Minimalwert, ja, auch negativ gesetzt ist. Min-Up-Gap, ja, in die andere Richtung, ja, für Up-Gaps, wo wir dann short gehen wollen. Min-Up-Gap, in diesem Fall 10 Ticks standardmäßig. Dann noch unser Gewinnziel. Profit-Target-Ticks. Ja, wir hatten gesagt 16. Und für unser Stop-Loss, Stop-Loss-Ticks, nehmen wir 40. Ja, so hatten wir das im Vorfeld konfiguriert. Das sind jetzt alles Nutzer-Parameter. Und in der Handelssystem-Analyse können Sie dann diese Parameter noch zusätzlich optimieren oder anpassen. An das jeweilige Instrument. Gut, und der letzte Parameter noch, unsere Periode für den Daily Timeframe. M-A. In diesem Fall hat man gesagt 100. Gut, super. Das wären unsere Nutzer-Parameter. Legen wir jetzt gleich unsere Bedingungen und Aktionen für die Strategie fest. Ja, wir starten mit den Bedingungen für den Long-Einstieg. So, wir klicken auf Hinzufügen und unsere erste Bedingung war, dass wir uns an der ersten Kerze des Tages befinden. Wie kriegen wir das heraus? Wir gehen hier zu Divers und nehmen, wo war es? Ja, erste Session-Kerze. Ja, das ist praktisch eine Funktion, die uns anzeigt, ob die aktuelle Kerze die erste Session-Kerze ist. Ja, wir lassen hier ist gleich und gehen wieder auf Divers und wählen hier zutreffend aus. Ja. So, wir befinden uns an der ersten Session-Kerze. Unsere zweite Bedingung ist, dass der Preis für einen Long-Einstieg über dem Daily SMA ist. Ja, wieder hinzufügen. Wir wählen jetzt Preis aus. Wir nehmen jetzt den Close-Preis von unserer ersten Minute-Kerze und der muss größer sein als der Wert von unserem Daily SMA. Dazu gehen wir hier auf Indikator, wählen uns Daily SMA aus und ich werde Ihnen im Nachhinein auch noch auf Anfrage diesen Indikator sowie auch den Previous Session High-Low-Indikator zuschicken. So, Daily SMA. Alles gut. Okay. Und wir wählen hier die Periode aus. Ja, startmäßig als 100 vordefiniert, aber sie kann durchaus auch vom Nutzer festgelegt werden. Also wählen wir hier die Periode vom Nutzer eingegeben aus und klicken auf OK. Gut, das wäre unsere zweite Bedingung. Die dritte Bedingung ist, dass unsere Gap nicht zu groß ist. Ja, die Gap muss über dem Session Low vom Vortag sein. So, hinzufügen. Ja, jetzt wählen wir uns den Open-Preis der ersten Minute-Kerze aus. Ja, das ist ja, wenn die Session praktisch anfängt. Also Eröffnung muss größer sein als das Session Low vom Vortag. Ja, hierfür haben wir auch einen Indikator, den wir Previous Session High-Low genannt haben. Jetzt scrolle ich hier ganz kurz einmal herunter. Na, wo hatten wir ihn? Previous. Ah ja, hier. Previous Session High-Low. Und wichtig ist, dass wir hier uns auswählen, dass wir das Low wollen und nicht das High. Also Previous Session Low. Weil der Indikator zeigt ja beides an. Das Session High und das Session Low. Hier wählen Sie dann das Session Low aus. Gut, das ist die dritte Bedingung. Und die vierte Bedingung war, dass die Gap nicht zu klein sein darf. Das heißt, der Open-Preis von dieser Kerze, der muss kleiner sein als der Preis vom Vortag. Das heißt praktisch der Close-Preis der Kerze davor. So, wählen wir uns hier den Close-Preis aus mit einem Index von 1. Das heißt, die vorherige Kerze, die hier in der letzten Session stattfand. Also der Open-Preis muss kleiner sein als der Close-Preis der vorherigen Kerze. Minus unsere Min-Gap-Ticks, die wir uns ausgewählt hatten. Und hier können wir hier diesen Offset festlegen. Wir wählen hier Ticks aus und wählen uns den Parameter Min-Down-Gap aus für die Long-Einstiege. Gut, super. Ja, das wären unsere Bedingungen für den Long-Einstieg. Welche Aktion soll jetzt ausgeführt werden? Ja, ganz einfach. Wir wollen Long am Markt gehen. Wir gehen hier zu Auftragsmanagement und wählen Eingehen einer Long-Position aus in der Trade-Größe, die vom Nutzer festgelegt worden ist. Also Trade-Size. Und klicken auf OK. Gut. Ja, das ist ja unser Einstieg für die Long-Version. Mit der Short-Version beschäftigen wir uns gleich. Bearbeiten wir uns. Ja, implementieren wir jetzt aber erst mal unseren Ausstieg für diese Long-Version. Wir klicken auf Nächstes, auf Hinzufügen und legen jetzt unser Gewinnziel und unser Stop-Loss fest. Gewinnziel ist Tick-basiert. Ja, und wir wollen den vom Nutzer eingegebenen Wert nehmen. In diesem Fall Profit Target Ticks. Und klicken auf OK. Das gleiche für das Stop-Loss. Ja, das ist auch Tick-basiert. Und wir wählen den vom Nutzer eingegebenen Wert Stop-Loss Ticks aus. OK. Und wir, ja, wären dann soweit fertig für die Long-Version dieser Strategie. Bevor wir uns der Short-Version widmen, werde ich diese Strategie jetzt erst einmal kompilieren und testen, ob wir auch alles so hingekriegt haben, wie es sein sollte. Dann dazu klicke ich hier auf Kompilieren. Das dauert dann immer ein paar Sekunden. Aber sobald es fertig ist, können wir dann diese Strategie bereits auf unsere Chart anwenden. So, während er jetzt kompiliert, mache ich ein Chart-Fenster auf. Eine Sekunde. Genau. So. Ah, das war das Falsche. Warten Sie ganz kurz. OK. Ja, genau. Hier ist ja unser Chart. Die Chart, die wir schon vorbereitet hatten. Um diese Strategie jetzt anzuwenden, rechtsklick auf die Chart und Sie wählen Strategien auf. Aus und suchen sich dann im Dialogfenster die Strategie, ja, Cap-Gap aus. Wie Sie sehen, ja, sind alle unsere Parameter vorhanden mit den gewünschten Standardwerten. Ja, wir klicken dann hier auf Aktiviert, um die Strategie auf die Chart anzuwenden. So, jetzt wird diese Strategie neu berechnet und hoffentlich, wenn wir keinen Fehler gemacht haben, wird diese Strategie auch ein paar Trades, ja, vollziehen. Ja, Moment, ist erstmal noch nichts passiert. Gucke ich einmal ganz kurz hier rein. Wurden ein paar Trades ausgeführt? Nein, wie Sie sehen, wurden jetzt keine Trades ausgeführt. OK. Ich werde mich ganz kurz einmal nochmal in das Datenfenster reinschalten und werde ich mal ein paar mehr Tage auswählen. Vielleicht 2000 Tage. Und zur gleichen Zeit, ja, gehe ich noch einmal zurück in unseren Strategie-Bilder, um zu gucken, ob ich hier vielleicht eventuell einen Fehler gemacht habe. Ja. So. Für die Long-Version. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, das ist auch OK. Hm. Eigenartigerweise, ja, ist, sollte das eigentlich funktionieren? Geben Sie mir noch eine Sekunde Zeit, bitte. Hm. Also, eigentlich denke ich, sollte das funktionieren. Ich werde die Strategie noch einmal erneuern. Und falls es da nicht funktioniert, ist es immer ganz hilfreich, ja, in das Output-Fenster vom Ninja-Trader zu gucken. So. Ja, jetzt gehe ich hier einmal zur Ausgabe hin und gucken, ob jetzt in diesem Output-Fenster ja, Nachrichten reingeschrieben worden sind, nach dem Neuberechnen. Ja, das ist auch nicht der Fall. Ich gehe noch einmal ganz kurz, warten Sie ganz kurz, in die Datenreihe hinein, um zu gucken, ob doch hier alles vorbereitet ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hm. Ja. Ist nicht so schlimm. Ich habe Ihnen die Strategie im Vorfeld aufschneidbar vorbereitet. Die werde ich jetzt hier anstelle unserer gebauten Strategie hereinladen. Und dann können wir nachher noch einmal gucken, was jetzt bei dieser Strategie nicht geklappt hat. Hm. Okay. Jetzt nehme ich die Strategie noch einmal herunter. Und wähle dann hier meine Strategie, die ich im Vorfeld, ja, vorbereitet habe, aus. Und wähle diese Strategie auf die Chart an. So. Gut. Diese Strategie, ja, implementiert die gleichen Regeln. Ich bin mir jetzt im Moment nicht sicher, warum unsere Strategie nicht funktioniert hatte. Ist aber im Moment auch erstmal nicht so schlimm. Gucken wir uns erstmal an, wie diese Strategie denn funktioniert. So. In diesem Fall zum Beispiel hier hätten wir eine Down-Gap. Sie sehen hier, ja, das ist der Schlusskurs vom Vortag. Und hier wäre der Open-Kurs der jetzigen Session, ja, wir haben also eine Gap. Diese Gap ist über dem Session-Low vom Vortag, was diese gelbe Linie darstellt, ja, und sie ist auch groß genug. Das heißt, wir gehen eine Long-Position ein mit einem Profitziel von 16. Und in diesem Fall hat es genau gepasst, ja, wir erreichen unser Profitziel und schließen diesen Trade im Profit. Ja, scrollen wir noch einmal durch die Chart hindurch und gucken uns noch einen anderen Trade an, ja. In diesem Fall hier, das wäre jetzt die Short-Version dieser Strategie, ja, haben wir eine Up-Gap. Ja, die Up-Gap ist nicht zu groß, weil sie ist nur unter dieser gelben Linie. Sie ist aber groß genug, ja, über unseren 10 Ticks. Und wir gehen eine Short-Position ein, wiederum mit einem Gewinnziel von 10 Ticks, von 16 und erreichen unser Gewinnziel, ja, nach ungefähr 5, 6 Minuten des Tages. Ja, und vielleicht noch ein allerletztes Beispiel. Hier jetzt wieder eine Down-Gap, ja, die über dem Vortags-Low liegt. Wir gehen eine Long-Position ein und unser Gewinnziel wird hier vielleicht, ja, 30 Minuten nach Eröffnung des Trades erreicht. Ja, und das Schöne dieser Strategie ist, dass, ja, wir sehr schnell, ja, aus dem Markt wieder heraus sind, ja, wir behalten unsere Position praktisch nicht sehr lange offen. Ja, und alles spätestens wird unsere Position am Ende der Session, ja, geschlossen. Gut, was aber relativ selten vorkommt. Oftmals ist es so, dass wir unser Gewinnziel oder auch unser Stop-Loss schon nach wenigen Minuten oder wenigen Stunden erreichen werden. Okay, ja, die Strategie funktioniert und ich werde Ihnen, ja, auf Anfrage natürlich die funktionierende Version dieser Strategie zukommen lassen. Gucken wir uns jetzt erst mal die Performance dieser Strategie an. Ja, wie hätte diese Strategie denn performt? Jetzt ziehe ich einmal diese Analyse in mein Hauptfenster und wie Sie sehen, ja, in einem Zeitraum von 2014 bis 2019 hätten wir insgesamt 255 Trades für den S&P, also auf fünf Jahre, ja, 50, 60 Trades pro Jahr, um deine Frage nochmal zu beantworten, Christoph. Unser Profitfaktor 1,47, was wirklich ordentlich ist und wie Sie sehen, handelt diese Strategie wirklich Long und auch Short, ja, und in diesem Fall hat die Short-Version dieser Strategie sogar einen höheren Profitfaktor. Ja, wir haben wesentlich, ja, mehr Trades an der Long-Version als in der Short-Version, was damit zu tun hat, dass, ja, der S&P natürlich sehr bullisch war in den letzten Jahren und dass praktisch der Preis dann oftmals über unserem SME-Filter gelegen hat, sodass wir nur Long-Trades in diesen Situationen eingehen. Okay, gut. So, ja, wie können wir jetzt diese Strategie ausführlicher testen? Dazu werde ich jetzt die Handelssystemanalyse öffnen. Ja, über das Kontrollzentrum gehen Sie zu Handelssystemanalyse. Ja, die öffnet sich jetzt gleich. Ja, eine Sekunde. Das dauert bei mir immer etwas länger, weil ich sehr viele, ja, Systeme in meinem Ninja-Trader implementiert habe. So, jetzt ist das Fenster offen und hier können wir auf der rechten Seite unsere Strategie auswählen. Gap 1. Ja, Sie sehen hier die Parameter und ich werde jetzt diese Strategie einmal auf ein anderes Symbol anwenden, zum Beispiel auf, ja, die Mid-Cap Futures, MID, EMD ist das Symbol für die Mid-Cap Futures. Wichtig ist, wie immer, dass Sie die Strategie auf die 1-Minuten-Chart anwenden mit den Regular Trading Hours. Also gehen Sie einmal runter, CMIRTH, ja, Regular Trading Hours. Als Testzeitraum wählen wir hier 2014 bis heute 2019 und wir klicken auf Ausführen. So, das, ja, jetzt wird diese Strategie simuliert. Das sollte auch nicht allzu lange dauern. Speziell, wenn Sie die Daten schon geladen haben, die für den Backtest erfreulich sind, ja, dauert dieser Backtest nur ein paar Sekunden. Sollten diese Daten bei Ihnen noch nicht geladen sein, ja, kann es durchaus etwas länger dauern. Ja, ja, auf dem Mid-Cap, äh, hm, funktioniert diese Strategie, äh, nicht so gut, aber das hat damit zu tun, dass ich hier, ah ja, dass ich hier wahrscheinlich meine Min-Gap nicht richtig angegeben habe. Nee, das ist okay. Okay, na gut, wie Sie sehen, auf dem Mid-Cap, ähm, ja, funktioniert diese Strategie nicht sonderlich gut, hätte ich hier einen Verlust verbucht bei 381 Trades. Gucken wir uns jetzt diese Strategie noch einmal für die Nasdaq Futures an, für NQ. Ja, äh, klicken auf Ausführen und werden sehen, wie sich diese Strategie, ja, auf sich auf NQ auswirkt. Das sollte jetzt auch nicht allzu lange dauern. Ja, und wenn dieser Backtest, äh, läuft, ähm, ja, stellen Sie gerne Fragen in der Zwischenzeit. Ja, hier sehen Sie, ja, ganz ordentlich einen kleinen Gewinn, einen Profitfaktor von 1,17, ja, bei 353 Trades. Ähm, ja, bei NQ, ähm, ja, das Symbol an sich ist, äh, ja, hat sehr große Werte. Ich weiß gar nicht, äh, wie groß diese Werte sind. Ich will das NQ einmal ganz kurz auf die Chart legen, ja. Also, IS hat Werte um die 3.000, bei NQ, ja, sollte es etwas mehr sein. Ja, das wird, glaube ich, bei 8.000 oder vielleicht sogar noch höher sein. Gucken wir noch einmal. Wie sieht das aus, wie das bei NQ aussieht? Ja, bei ungefähr 8.000, ungefähr, ungefähr dreimal so hoch, ähm. Oder zweieinhalb mal so hoch wie beim ES. Ähm, was ich jetzt... Also, ich glaube, es testet, man bekommt schon was hin. Also, wie gesagt, man muss halt wirklich testen. Man muss natürlich das Ganze der Volatilität natürlich anpassen. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unsere Bedingungen an die Minimal-Gap-Größe etwas erweitern, dass die Minimal-Gap mindestens 20 Ticks groß sein muss, ja, werden Sie sehen, dass sich jetzt unsere, ja, unsere Testergebnisse etwas verbessern werden. Ja, das macht natürlich auch durchaus Sinn, weil, äh, ja, der Preis natürlich, hm, ja, vielleicht auch nicht. Eigenartigerweise kriege ich nicht die gleichen Ergebnisse wie im Vorfeld. Ähm, aber so ist es manchmal, dass, ähm, ja, bei einer Live-Vorführung einige Sachen vielleicht nicht so funktionieren, wie gedacht. Ja, das macht ja nichts, aber dafür macht man das natürlich, äh, man muss natürlich testen. Den Geschenken-Gaul gibt es natürlich nicht, ja, liebe Teilnehmer. Ja, was, äh, was aber wichtig ist, dass Sie, äh, diese Parameter für sich selbst nutzen können, ja, um die Optimal-Werte, äh, ja, herauszukriegen für ein gewisses Symbol. Dazu eignet sich auch immer, äh, diese Optimierungsfunktion im Ninja-Trader, ja, wo Sie diese Werte automatisch durchtesten können. Ja, ich werde das jetzt vielleicht einmal auf diesen Enqueue anwenden und vielleicht mal diesen Parameter mit, ähm, ja, mit diesen Downticks optimieren, vielleicht von 10 bis 30 in 10er, ob es minus 30 in 10er Schritten, und das gleiche für die Min-Up-Gap von 10 bis 30 in 10er Schritten. Und wenn Sie jetzt hier auf Ausführen klicken, werden Sie sehen, dass, ups, eine Sekunde, ach, ja, Entschuldigung, das muss natürlich andersrum sein, minus 30 bis minus 10, ich klicke jetzt auf Ausführen und jetzt wird, äh, werden jetzt alle diese Kombinationen durchgetestet in der Optimierungsfunktion, ja, wir haben jetzt genau neun Kombinationen zum Durchtesten, wie Sie hier sehen können, und sobald das, ja, fertig ist, kriegen Sie eine Auswertung angezeigt. So, genau, hier dann unsere Auswertung und wir, was wir sehen können, das ist in diesem Fall eine Kombination von minus 10 und 20 am besten, ach, ich ziehe das mal ganz kurz rauf, ja, minus 10 und 20 wäre die Optimalkombination für die, ähm, ja, die Min-Down-Gap und unsere Min-Up-Gap. In diesem Fall ein Profitfaktor von 1,18. Wie gesagt, diese Strategie funktioniert am besten auf dem i-Mini, dafür wurde sie auch ursprünglich von David Bean entwickelt. Ja, gut, zurück zu meinen Folien. Ja, gut, jetzt haben wir die Strategie ausprogrammiert, vielleicht mit ein paar kleinen Fällen, was wichtig ist, dass ich Ihnen diese Strategie auf Anfrage, ja, ähm, gerne zuschicke, die Version der Strategie, die auch dann auch funktioniert, zusammen mit den Indikatoren für das Previous Session Low und High sowie den Daily SMA, ja. Schicken Sie mir dazu eine Kontaktanfrage, äh, zu, äh, unter blackcherryinvest.com slash de, da gibt es ein Kontaktformular, ja, hinterlassen Sie mir eine Nachricht und ich schicke Ihnen dann gerne diese Strategie zu. Ähm, bevor wir jedoch dieses Webinar beenden, wollte ich noch einmal ganz kurz auf unser Portfolio-Analyse-Tool Trustfolio eingehen, ja. Das eignet sich sehr gut, um jetzt zu testen, wie, ja, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wäre meine Strategie, wenn ich sie auf verschiedene Symbole zusammen angewendet hätte oder zum Beispiel auch, wenn ich jetzt verschiedene oder mehrere Strategien gleichzeitig laufen habe, zum Beispiel eine Swing-Trade-Strategie zusammen mit ein paar Day-Trading-Strategien, ja. Ja, und mit diesem Tool lässt es sich sehr gut herausfinden, wie würden denn diese Strategien, ja, zusammenspielen. Äh, was mir sehr wichtig ist, weil man möchte ja nicht, dass zum Beispiel eine Strategie alle anderen Strategien zum Beispiel overpowered, ja. Das hat natürlich dann, ja, äh, nicht den gewünschten Zweck eines Portfolios, das, ja, ähm, möglichst, äh, möglichst, äh, ausgewogen sein sollten. Das habe ich jetzt mal diese drei, aus unserer Strategie auf drei Symbole angewendet, ja, ähm, wie Sie sehen, hier haben wir die Strategie auf NQ, also die Nasdaq Futures, die E-Minis und unsere Mid-Caps angewendet. Und die Strategie, die Parameter dafür lasse ich Ihnen auch nochmal zukommen. Ich weiß nicht, warum jetzt die Strategie oder die Ergebnisse hier zu abweichen sind, aber wie Sie sehen, mit den Parametern, die wir für diesen Backtest genommen hatten, hatten wir, hätten wir einen Gewinn von 35.000 Dollar erzielt bei einem kombinierten Profitfaktor, was natürlich wichtiger ist als der Gewinn von 1,35 und einem Drawdown von 9,38. Natürlich, der Drawdown ist immer abhängig von der Portfoliogröße. In diesem Fall hat unser Portfolio hier lediglich eine Größe von 20.000 Euro. Wenn ich zum Beispiel diese Größe auf 100.000 Euro ändern würde, sehen Sie jetzt, dass der Drawdown, sobald ich das dann auch refreshe, dass der Drawdown dann auch runtergehen sollte. Jetzt klappt natürlich erstmal nichts. Ja, also der Drawdown wäre, ich glaube, ich habe eine alte Version dieses Tools, müsste jetzt dementsprechend um 30 Prozent runtergehen. Was auch noch ganz schön ist an diesem Tool, ist, dass man diesen Compounding-Effekt berechnen lassen kann. Wie wäre es, wenn ich zum Beispiel meine Position Größe mit der Größe meines Portfolios stetig anpassen werde? Das heißt, zum Beispiel würden wir vielleicht am Anfang mit einer Positionskurs von 1 reingehen, wenn unser Portfolio noch relativ klein ist, vielleicht nur 20.000 Euro hat, aber je größer unser Portfolio wird, wenn es sich zum Beispiel verdoppelt hat, würden wir dann auch unsere Positionsgrößen jeweils verdoppeln. Und das wäre dieser sogenannte Compounding-Effekt. Ja, und wenn ich jetzt noch einmal unsere Größe hier zur Fulls auf 20.000 Euro herunterstelle und, ich glaube, das ist ein Fehler in dem Refresh, und diesen Compounding-Effekt ausschalte, ist unser Gewinn 35.000 Euro. Wenn dieser Compounding-Effekt jedoch drin ist, wenn ich meine Positionsgröße mit der Größe meines Portfolios anpasse, würde ich 87.000 Euro Gewinn machen. Das macht natürlich auch Sinn, das ist ja, je größer mein Portfolio ist, je größer wird meine Positionsgröße auch sein. Und diese Compounding-Funktion kann man praktisch berechnen, wie wäre es denn, wenn ich denn meine Größen anpassen würde? Dazu gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze sich als PDF ausdrucken zu lassen. Ja, jetzt habe ich natürlich das PDF schon offen. Eine Sekunde, ja, hier ist es. Ja. Und hier kriegt man nochmal die Zusammenfassung seiner Trades mit der Equity Graph und allen möglichen Statistiken seines Portfolios, wie zum Beispiel den Profitfaktor, den Drawdown, das Sharp-Ratio, die Gesamtanzahl der Trades, wie viele Trades denn wirklich jetzt erfolgreich waren. In diesem Fall hätten wir eine Gewinnrate von 75%. Hört sich sehr viel an. Man muss aber dazu beachten, dass unser Gewinnziel dreimal so klein war wie unser Stop-Loss. Ja, also wir brauchen auch wirklich diese hohen Gewinnraten, um profitabel zu sein. Gut, ja, dieses Tool gibt es als Demo-Version auch auf unserer Webseite. Probieren Sie es einmal aus. Ja, die Demo-Version läuft für sieben Tage und danach können Sie mich dann kontaktieren für die Vollversion. Zusätzlich im Angebot haben wir unsere Matcha-Strategie, ja, die ich auch regelmäßig in diesen Webinaren vorstelle. Das ist eine Swing-Trade-Strategie, ja, also keine Day-Trade-Strategie wie heute. Sie wird die Position länger offen lassen, über mehrere Tage hinweg. Lässt sich aber sehr gut auf Aktien, Futures, CFDs und alle möglichen Symbole anwenden. Ja, die Leitversion erhalten Sie, ja, auch über unsere Webseite. Schreiben Sie mich einfach an. Diese Strategie wird für all diese Symbole, ja, Aktien sowie Futures komplett freigeschaltet sein. Für die Vollversion, die dann wirklich auch auf allen Symbolen läuft, ja, müssen Sie uns dann noch einmal kontaktieren. Gut, gibt es Fragen? Nein? Okay, dann nochmal zum Abschluss. Möchte ich darauf hinweisen, dass, ja, unser nächstes Thema die Day-Trading-Strategien von Ricky Chang sind. Ja, am 5. November. Und am 26. November dann Toni Krabel. Sollten Sie, ja, Interesse an weiteren Themen haben, ja, das arbeiten wir gerne für Sie aus. Schreiben Sie mich einfach an. Und, ja, wenn es klappt, ja, arbeite ich gerne diese Strategie für Sie aus und präsentiere sie dann auch in einem Webinar. Gut, hier nochmal meine Kontaktadresse. Gibt es Fragen? Also, ich schaue auch nochmal, was es für Fragen gab während des Webinars. Klar, noch ein Blick. Okay, ja, gut, die eine Frage zu Aktien, aber wie gesagt, man kann das ja mit jedem Symbol im Grunde genommen ausprobieren, ne, und wenn die Aktien Gaps haben, dann kann das funktionieren, kann das aber auch nicht funktionieren, muss natürlich immer schauen, wie liquide sind die Aktien und so weiter und so fort. Und man hat da natürlich noch, ja, die Risiken der Unternehmen im Gegensatz zu den Indizes, das muss man natürlich auch beachten. Genau. Ja, aber in der Theorie sollte diese Strategie für alle Symbole, die wirklich diese Gaps haben und, ja, funktionieren. Ja, profitabel oder nicht, das müssen Sie selbst herauskriegen, aber anwendbar ist diese Strategie auf jeden Fall auf diese Symbole. Gut. Wenn es dann keine Fragen gibt, denke ich, beenden wir dieses Webinar. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich schon auf unsere, ja, nächste Veranstaltung. Wann war das? Am 5. November mit den Day-Trading-Strategien von Ricky Chang. Genau. Ja, vielen Dank, Daniel. Wie gesagt, wenn Sie noch Anregungen haben oder Wünsche, gerne im Vorfeld per E-Mail zukommen lassen. Sie können auch, wenn Sie darüber hinaus Fragen haben zu allgemeinen Dingen, gerne eine E-Mail an info-at-captrader.com schicken, da stellen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung oder Sie rufen uns dementsprechend an hier beim Kundenservice, wenn Sie spezielle Fragen haben zur Plattform und so weiter und so fort. Spezielles können wir natürlich dann auch gerne weiterleiten an Daniel oder an Christoph, je nachdem, was es über Ninja Trader dann dementsprechend ist. Gut, ja, ich darf mich auch bedanken. Schöne Grüße nach Kanada und dir noch einen schönen Tag und ja, allen anderen einen schönen Feierabend und gute, erfolgreiche Trades, alles Gute und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke und bis bald. Tschüss. Danke, tschau tschau. Tschüss.